Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Benutz deine Fastwatch, um zu sehen, wo wir sind. Okay. Wenn du auf deine Fastwatch siehst, kannst du sie be- Ja, ich weiß, ich weiß. Muss ich auch mal langsam weiterspielen. Es kam jetzt ein Update, ich muss da mal reingucken, ob jetzt die Ruckler eigentlich beseitigt wurden. Und dann hab ich auch wieder voll Bock drauf. Ich hab ja eigentlich Bock, weiterzuspielen, aber die Ruckler, die machen dann wieder null Motivation. Nutzen, um Zugriff auf diese Fastcams zu bekommen. Klar, Freddy. Okay, das kam jetzt bei mir noch nicht vor, aber es wäre bestimmt auch cool gewesen. Wir haben einen Fastbewegungssensor. Dann lass uns sicher gehen, dass wir nicht durchlaufen. Gregory, jemand hat gerade den Fastalarm aufgelöst. Ich frag mich nur, wer dieser Idiot war. Nutze deine Fasttasten, während du Fastshift drückst, um schneller zu sein. Freddy, was soll das? Gregory, es tut mir so leid. Das war der einzige Ausweg. Es tut mir so leid, Gregor. Oh. Gregory, ich habe eine Idee, wie wir entkommen können. Wie? Na jetzt. Du solltest deine Fastarmor benutzen, um dich in diese Fastrutsche zu zwingen. Da ist alles Fast, ey. Deine Fastbeine und mit einem Fast... Keine Fastbeine. Jetzt sind auch die... Oh, komm. Es klingt die Fasttür zu dir sprechen. Alles klar. War es das? Nein. Nein. Ich hatte recht. Oh, scheiße. So viel zum Thema Fasthilfe. Es tut mir so leid, Gregory. Lass uns gehen. Nutze... Aber jetzt ist es doch draußen. Ich brauch mich bloß von ihr schnappen lassen und werd dann rausgeschmissen. Ja, so einfach kann man ein Spiel durchspielen. Immer aus, um in beide Richtungen zu schauen, während du die Faststrasse gehörst. Guck, Gregor, ist eine Farbe. Oh. Deswegen guck niemals aufs Handy, wenn du in einen Fahrstuhl reingehst. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fahrstuhl war. Aber es kann passieren, dass die Tür aufgeht und da gar kein Fahrstuhl ist. Das kam wirklich schon mal vor. Nicht bei mir. Sonst würde ich hier tot sitzen und Videos machen. Aber es kam vor. Einfach so Final Fantasy. Eins, zwei, drei, vier, Musik, fünf, vielleicht auch noch. Noch fünf, fünf, weiß ich nicht mehr. Wo bin ich? Du bist im Circus Baby, Hiddich. Du bist so leichter Final Fantasy an, ne? Oha. Irgendwie erinnert mich das gerade an Minecraft Dungeon. Oh, hallo Königin. Yeah! Yeah! Circus Baby! Circus Baby! Circus Baby! Circus Baby! Circus Baby! Circus Baby! Oh, ja. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Traum träumt und träumt? Hä? Ha! Geschafft! Manchmal überrascht mich meine eigene Intelligenz. Ich will zurück in mein Paradies! Es klappt sogar. Du kannst wieder mit etwas Glück in den Traum zurückkommen, wenn du gleich wieder die Augen zumachst und an genau das denkst, was du gerade geträumt hast. Berechnet jetzt versuchst du mal nützlich zu sein. Kipp ist mir sofort wieder zurück. Ah! Siehst du, wie wütend ich bin? Nein! Ich zeige es dir! Junge, die ist voll traumsüchtig! Was jetzt hier kommt, ist in der Endcard verlinkt und da geht es dann auch immer weiter, Stück für Stück. In jeder Endcard ist dann das nächste Video verlinkt. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie wir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!